UNFASSBAR! Da setzt sich ein 93-jähriger Mann an seinen Tisch. Und da macht er so seine Städtevision, da fallen dann doch die Uhr nach. Da so einen Turm dann machen, stell dir mal vor, da würden die sagen, heute doch, der hat ein Rad ab. Vielleicht hat er ein Rad ab. Dass sowas so lange stehen bleibt und dass es einen überdauert, das ist natürlich toll. Das ist die Vorstellung, die einen treibt, dass das damit den Tod überwindet. Was ist das? Das ist ein Topf. Die Mutter, die hat immer Standpunkte bezogen und hat die auch vehement verteidigt. Vater ist der Boss. Er will wissen, was wir machen und er will sich da auch einmischen. Das ist schade, was du machst. Aber das ist ja eigentlich das, was ich wollte. Hier hat er jetzt ja von da geteilt. Ich weiß es nicht. Ich finde das eigentlich umgekehrt besser, muss ich ehrlich sagen. Das ist schon ein Konkurrenzunternehmen. Die Farbe Rot bedeutet natürlich die Liebe. Schon toll, dass es sowas gibt, so eine Farbe, die einem auch warm macht. Oder heiß. Wir könnten unsterblich sein. Ja. Ob man das mag, unsterblich sein. Ja. Ja. Das ist eigentlich kein Lieber.